Guten Tag, mein Name ist Michael Hauer. Es würde mich sehr freuen, wenn ich Sie zur nächsten Fondsfinanzmesse begrüßen dürfte, insbesondere zu meinen Vorträgen. Zwei Vorträge, einmal Vortrag zur Zielgruppe 50 Plus. Aus meiner Sicht eine sehr spannende Thematik. Die Zielgruppe 50 Plus ist nicht nur finanzstark, sondern sie wird auch immer größer. Ich habe einige Lösungen dabei für diese Zielgruppe 50 Plus, die insbesondere auch im Gedanken schon näher an dem Thema Ruhestand ist und da auch Lösungen sucht. Insbesondere der Stichwort Lebensstandardsicherung ist hier von Bedeutung. Und ich denke, dass wir sehr schöne Lösungen haben, insbesondere und im Gesichtspunkt, dass zurzeit sehr viel Liquidität am Markt ist. Es liegen zwei Billionen Euro in Tagesgeldern und in Liquidität. Sprich, die Menschen suchen auch Lösungen und die habe ich dabei. Mein zweiter Vortrag geht zum Thema Fondspolisen versus Fonds. Eine sehr spannende Frage. Die Menschen stellen sich ja immer wieder die Frage, wo soll ich investieren? Und hier kann ich Ihnen aufzeigen, wann welche Lösung besser ist. Es würde mich sehr freuen, wenn ich Sie begrüßen dürfte. Vielen Dank. Vielen Dank.